Du möchtest dir einen Gasgrill kaufen? Wenn du diese Tipps beherzigst, findest du genau den richtigen für dich. Tipp Nummer 1. Das Material. Gasgrills bestehen immer aus Stahl oder Edelstahl, sind also hitzebeständig. Hier empfiehlt sich Edelstahl, das nicht nur witterungsbeständiger ist, sondern auch eleganter aussieht. Es gibt auch pulverbeschichtete Modelle, die zwar weniger langlebig, aber durchaus erschwinglich sind. In den meisten Fällen bestehen die Grillroste zudem aus immerhiertem Edelstahl, der durch seine Stabilität, Langlebigkeit und gute Abwaschbarkeit überzeugt. Tipp Nummer 2. Die Form. Bei der Form des Grills kommt es vor allem auf den persönlichen Geschmack an. Besonders beliebt sind jedoch sogenannte Grillwagen, die nicht nur aus Unterbau und Rost bestehen, sondern auch über mehrere Staufächer verfügen. Diese Variante ist besonders flexibel, da du damit schmoren, backen und braten kannst. Tipp Nummer 3. Die Größe. Die Größe des Grills hängt davon ab, für wie viele Personen du grillst. Für größere Grillpartys sollte ein Grill mit einer Grillfläche von 2000 Quadratzentimetern gewählt werden, während für eine Balkongrillparty ein Grill mit einer Grillfläche von 1000 Quadratzentimetern ausreicht. Tipp Nummer 4. Die Brenneranzahl. Die Anzahl der Brenner hängt von der bevorzugten Grillmethode ab. Gasgrills werden hauptsächlich zum Garen verwendet, wo die Gasflamme seitlich oder in der Mitte unten sein kann. Hochwertige Modelle haben drei oder mehr Brenner. Zusätzliche Gasflammen an der Seite schaffen unterschiedliche Temperaturzonen, wobei die eine zum heißen Rösten dient und die andere etwas abseits mit mäßiger Hitze liegt, um das Grill gut ziehen zu lassen. Wenn dir noch weitere Tipps beim Gasgrillkauf einfallen, dann schreib es gerne unten in die Kommentare. Du suchst die besten Gasgrills? Dann sind diese Videos hier sicher interessant für dich.